Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Immobilierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 750 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017